Wir stehen nur im Park, das fahren gar nicht. Letztes Mal wurde mein Name gesprochen, als ich zu spät kam. Vorsicht, Madam, ich muss hier vorbei. Sag mal bitte, wer war der Erste am Treffpunkt? Boric. Ey. Pünktlichkeit zahlt sich aus. Also diese Frühlingsrollen sind nur gut, aber ich habe irgendwie Bock auf Pizzabrötchen. Heute Abend dicke, fette Mannschaftsfeierparty, was weiß ich, wie sie sich das nennen. Auf jeden Fall bin ich jetzt auf dem Weg dahin. Kopfhörer sind drin, damit die Musik immer stabil bleibt. Ich bin hyped. Boric! Fängt ja gut an, als was für ein Gespenst, dass du dich eigentlich verkleidest, Glatzko, Larry. Ich bin der türkische K.U. Hier läuft einfach der DFB-Pokal. Und hier hinter... Hallo! Wie im Fußball, so auf dem Billardtisch. Keine Ahnung von nix der Typ. Deswegen also... Lukas, mit welcher Begleitung bist du eigentlich hier? Vergewalt! Er will Kicker spielen. Er will Kicker spielen. Hinsetzen, Ray Habibi! Die Feier! Wie kommt so auf diese Idee hier rum? Einfach random, ja? Einfach Niederlage am Sonntag erstmal feiern. Der hat mein Gürtel kaputt gemacht. Richtig geile Party! Ich bin aber nur wegen Essen gekommen. Was macht dieser Junge schon wieder? Was machst du schon wieder, Bruder? Ich glaube, der Ölmsen hat sich in die Hose gemacht. Ja, das ist ja. Ölmsen hat sich in die Hose gemacht. Ich bin überall. Was passiert hier? Ich hab ein bisschen Angst, Alter. Woha, lauf dein Leben. Papi, hast du alles unter Kontrolle? Also alle, die jetzt weiterziehen wollen in die Altstadt, packt bitte eure Sachen, Jacken, alles mitnehmen. Hebe auf, hoher bitte. Ah, Junge! Ach 어떡acke! Das war's für heute. Ich glaube, Travis spricht Taki und Luis das gleiche Deutsch. Der eine oder andere macht aus einem Mannschaftsabend, Mannschaftsabende, aber für uns heißt es Alibiderci zu sagen, wenn euch das Video gefallen habt, gebt dem Video einen Daumen nach oben da, lasst ein Like da, abonnieren nicht vergessen und kommentiert mit einem.